Willkommen vor den Empfangsgeräten, ich bin Mongo Zerkum von Infraktor und ich bin wieder in die Siedler Online und ich spiele das natürlich kontinuierlich weiter, weil ich finde das ja ein schönes Spielchen, weil ich mochte ja die Siedler, also schon immer, bin ja Fan der ersten Stunde, ja, Siedler 1 damals bei Release gekauft und ja, ich zeige mal, mach mal Rundgang, also ich habe jetzt ganz viele weitere Gebiete aufgeführt, aufgeglähten in meiner großen, quadratisch praktischen Insel und was halt extrem essentiell ist, dass man relativ, also, dass man relativ oft Kupfer suchen lässt von seinem Geologen, das ist so, wenn jetzt, in dem Spiel ist es jetzt nicht so, dass wenn da hier dieser Felsblock irgendwie einmal da eine Mine war, da eine Mine, dass der leer ist, also wenn ihr die Minen abreißt, weil die erschöpft sind und ihr lasst den wieder suchen, den guten Mann, dann findet der irgendwie an der Stelle, zehnmal hintereinander, irgendwie Stein oder Kupfer oder irgendwas, also, immer abreißen, ja, verbraucht die Minen immer abreißen, an der Stelle findet man wieder was anderes, das ist unerschöpfliche Felsen, so, und Kupfer ist halt essentiell, weil man damit Werkzeuge herstellt, Werkzeugschmied ist extrem wichtig, weil ohne Werkzeug kann man eigentlich kein höheres Gebäude bauen, hier in den höheren Bereichen, mittlerweile habe ich da, weil hier die Eisenmine fertig ist, hier hinten, also die Eisenherzmine, zeige ich euch das auch nochmal, habe mir einen ganzen Haufen Wohnhäuser gebaut, damit ich möglichst viele Truppen unterhalten kann, im Moment kann ich maximal 200 Mann, achso, die könnte ich jetzt eigentlich mal einsetzen, genau, also ich habe jetzt mittlerweile Reiter und, Moment, das kann ich euch noch zeigen, bevor ich sie verheizt, ähm, genau, ich habe Reiterei und Miliz, die brauchen Eisenschwerter, die brauchen Pferdchen, so, jetzt aber, dann erobern wir jetzt mal das nächste Gebiet, also das hier oben ist jetzt das Territorium, das ich jetzt die ganze Zeit gereinigt habe, von diesen Räuberlagern, die da ja auch überall standen, und das ist jetzt nur noch der Räuberhauptmann übrig, wenn ich den Blatt gemacht habe, ist das Territorium hier oben, theoretisch unser, dann muss ich hier noch so ein, hier sowas hinbauen, so ein Lagerhaus, und damit ist es dann erobert, wobei die Grenzen irgendwie bleiben, hier, das sind dann scheinbar Provinzgrenzen oder so, dann sind das halt einfach so blaue Dinge, ähm, hier unten, also was auch wichtig ist, ist halt einfach Getreide, deshalb habe ich da ganz viele Bauernhöfe mittlerweile, ganz viele Felder, die sie abernten können, weil zum Beispiel die Pferdchen brauchen, äh, Getreide und Wasser, die, ähm, Brauerei braucht, äh, Getreide und Wasser, wo ist sie da, die stellt nicht Malzbeeren, mit denen man auch Truppen herstellt, ähm, die, natürlich die Mühle braucht Getreide, um Mehl herzustellen, ist irgendwie logisch, gell, und, ähm, ja, Rot ist halt ganz wichtig, also, das ist wirklich essentiell, immer darauf achten, dass mehr als genug, ähm, Kupfererz gefördert wird, beziehungsweise auf Lager liegt, und dass man ganz viel Getreide anbaut, das ist so, ähm, so mein Ratschlag, jetzt nach einiger Zeit, die ich in dem Spiel verbracht habe, ich habe immer wieder ganz rausgefunden, was ich eigentlich dieses ganze Gedöns, der immer einsammelt, ich habe so das Gefühl, äh, wenn ich mal die ganze Karte erforscht habe, dann gibt es quasi, ähm, irgend solches Sammelzeug einmal am Tag, oder sowas, und wenn ich alle von denen habe, dann kriege ich irgendwas, also, andersherz gelätzt sich das für mich nicht, ich sammle hier ab und zu mal irgendwas ein, da steht hier immer, wird ins Lagerhaus aufgenommen, ja, keine Ahnung, was das soll, äh, wo ist eigentlich mal ein Generals unterwegs, ach, der Hoppel da, ich muss sagen, jetzt wo ich mal Level, äh, Stufe 23 bin, ähm, kann man auch mal ein bisschen freier spielen, und so, man, man muss nicht für jeden Pups immer sofort wieder ein Quest erfüllen, natürlich hat man immer noch, eine Menge Quests, ja, und, ähm, über die bekommt man halt diese, ähm, hier diese Erfahrungspunkte, mit denen man hochlevelt, mit denen wieder nächste Gebäude freigeschaltet werden, das funktioniert halt in dem Spiel so, da ist halt so, wenn man das hier spielen möchte, dann muss man von Anfang an klar sein, man muss halt irgendwie immer versuchen, diese Bedingungen zu erfüllen, damit man eben an Erfahrungspunkte kommt, mit denen levelt man halt auf, und dann schaltet sich halt irgendwas wieder frei. Na, das ist das nächste, ich muss noch eine Mühle, glaube ich, bauen mal. Boah, mal gucken. Ähm, brauche ich aber noch mehr Bauernhöfe, dann werde ich hier, äh, hier hinten, glaube ich, schroden, und dann werde ich da eine, äh, noch mehr Getreide anbauen. Ich habe auch festgestellt, hier oben gibt es, gibt Felsen, ah, hier, die sind zerstörbar. Äh, wenn man die jetzt also weg haben möchte, theoretisch, um da irgendwas zu bauen oder so, dann kann man da verschiedene Felsformationen zerkloppen lassen. Sehe ich jetzt aber echt halt nicht als sinnvoll an, weil ich brauche ja möglichst viele Gebirge für möglichst viele Minen. Ja. Ja, sonst gibt es nichts groß zu sagen. Ich logge mich halt, äh, regelmäßig ein, eigentlich so meistens einmal am Tag. Also, weil ich habe ja eine ganze Reihe von verschiedenen Browserspielen und, ähm, die ich mir halt angucke, für das Infarkta Games Archive, ähm, weil ich halt denke, ist es durchaus sinnvoll, äh, nicht irgendwie einmal in so ein Spiel reinzugucken und sagen, ja, das sieht jetzt so und so aus. Gut, bei manchen ist es das, ja. Sagen wir mal ehrlich, wenn sie, wenn sie Muster 0815 sind. Ich meine, das ist jetzt nicht böse oder abwertend. Äh, diese Spiele haben auch ihre Fans, wie zum Beispiel halt, ähm, ja, so Good Game Empire oder hier, ähm, na, wie heißt hier, ähm, Stämme, na, und, und alles, was quasi Stämme, so Klone sind. Da gibt es ja genug von. Das sind halt Spiele, da kommt man rein und man sieht direkt quasi nach 10 Minuten Spielzeit, okay, das ist dieses Standardmuster. Da wird jetzt auch nichts mehr großartig überraschend kommen. Die unterscheiden sich ein bisschen in der Grafik, ein bisschen in der Story. Man, der eine oder andere ist vielleicht noch so ein Minispiel dabei oder, oder zeigt irgendwas ein bisschen mehr. Also, die Schlacht wird vielleicht ein bisschen besser dargestellt oder so. Hier, Forge, irgendwas, hatte ich doch mal angeguckt. Da hast du wenigstens so eine rudimentäre Schlachtdarstellung. Bei ganz vielen hier ist es ja auch so, wie wird das einfach nur ausgewürfelt, mehr oder weniger, und dann kriegst du halt nur das Ergebnis am Ende gezeigt. Wobei hier bei Siedler liegt ja, der, der, liegt ja auch nicht, also der Schwerpunkt ja definitiv nicht auf Kampf. Soweit ist das ja hier nicht weiter tragisch. So, hat er gekämpft und das fertig ist. Jetzt wird noch gekämpft. Also hier sieht man, da kloppen die sich halt und der Kampf schreitet voran. Also theoretisch müsste ich das gewinnen. Ich bin mit zahlmählicher Überlegenheit reingegangen. Einerseits ist ein Hauptmann dabei. Gott, wir haben gewonnen. Sehr schön. Das heißt, das Territorium kann jetzt von uns in Anspruch genommen werden. Äh, Quatsch, in Besitz. Ja, unser Anspruch kann jetzt, wie ihr seht, ich habe mittlerweile hier auch mehr Gebäude, die ich bauen darf und kann. Ganz oft ist es halt klar, die halten länger, ja, hier dieser tiefe Brunnen oder das mittlere Getreidefeld, aber die, die Verbrauch von Marmor und Laubholzbrettern steht für mich halt in keiner Relation. Wenn ich da einmal am Tag reingucke und haue da halt einen Satz von 15 Brunnen rein und 15 normale Getreidefelder, ist es für mich langfristig trotzdem interessanter und kommt genauso gut rum. Ähm, Jägerhütte habe ich jetzt noch gar nicht gebaut, weil ich einfach entweder nicht genug Werkzeuge hatte oder nicht genug Marmor. Ich habe eigentlich auch nicht so ganz verstanden, für was ich jetzt unbedingt brauche. Auch gut, langfristig baue ich hier alles. Schon allein, um diese Quest zu erfüllen, also die gehobene Wohnhäuser habe ich auch gebaut für diese Quest, sonst hätte ich einfach nur noch ein paar Dutzend von den normalen Wohnhäusern gebaut. Ich kann mir das irgendwie gar nicht so wirklich vorstellen, vielleicht ist es tatsächlich irgendwann so weiter, ich möchte mal eine Folge zeigen, wo es hier knapp auf der Insel wird vom Platz, wo ich tatsächlich anfangen muss, nochmal abzureisen und effizienter den Platz auszunutzen. Das kann ja durchaus sein. So, dann wollen wir mal. Oh, mal relativ zentral. Mehr oder weniger. Sträßchen, kriegst du auch. Na, man macht das nicht. Weil ich noch nicht in Besitz genommen habe, deshalb kann ich auch der Straßbauern. Mua, Monty, ne? So, Kampfbericht. Rohstoffe erbeutet. Sehr schön. Gold und Gutschein für Baugenehmigungen. Sehr schön. Gucken wir mal kurz die Kampfansicht an. Round, Monty. Erst Schlageinheiten. Das sind dann, glaube ich, meine Reiter, oder? Genau. Das war ja ein hervorragender Kavalerieangriff. Auf vier Mann hat er verloren. Ja, das wird jetzt nicht so gut laufen, wenn meine Nahkämpfer, die sind halt zahlmählich übelst unterlegen, aber ich habe halt eine Menge Bogenschützen dabei. Genau das. Ja, meine ganzen Nahkämpfer hat es übelst errissen. Jetzt überschüttet es nochmal mit Pfeilen, dann ist gut. ein paar Sachen mit Pfeilen. So, das war's. Wir haben ihn gespickt wie einen Mad-Igel. Ich könnte eigentlich mal wieder 300 gucken. Also nicht wegen Mad-Igel, sondern wegen Ende eben dieser, dann kämpfen wir eben im Schatten, wenn sie ihren lustigen Kugelbauder machen aus den Schilden und die Perse überschütten sie halt mit Pfeilen. Einfach eine epische Comic-Verfilmung. Das ist ja etwas, was für Militärstrohiger immer irgendwie so ein gewisses vage Schuldgefühl im Bauch hinterlässt. Man weiß genau, dass es eine Comic-Verfilmung ist und dass es halt mit Geschichte nur rudimentär zu tun hat. Aber man mag die Filme trotzdem. Man findet es ja trotzdem cool. Also klar, auf eine gewisse Ebene muss man das trennen, aber trotzdem hat man bei so sehr ahistorischen Filmen sitzt man halt schon immer so ein bisschen davor. Man möchte eigentlich doch am liebsten sagen, so, das war das aber doch gar nicht. Aber dann denkt man so, ach, geiler Film. Das ist wie bei Herr der Ringe als Tolkien-Fan oder Herr der Ringe-Fan. Man sitzt vor den Film und weiß die ganze Zeit, wie es in den Büchern anders ist. Und hier und da hat man so ein vages Gefühl von was soll der Scheiß? Aber man mag die Filme dann trotzdem. Irgendwann ist man auch in der Lage zu relativieren oder zu differenzieren, zu sagen, okay, das ist der eine Seite der Film, das andere ist das Buch. Beide in ihrer, in ihrer Dings gut. So, Brunnen laufen wir da. Lagerhaus wird gebaut. Sobald das Lagerhaus oben gebaut ist, werde ich wahrscheinlich dann weitermachen und noch mehr Getreidefelder, noch Mühlen anlegen, schon verquest, damit ich halt bald, ach, ich bin halt bald Level 24, äh, Stufe 24, ja gut, damit wir irgendwas freigeschaltet werden, nehme ich an. Und dann machen wir weiter mit der Eroberung der Keksinsel, gell? Das ist jetzt nicht mehr so viel. Ja gut, ich glaube noch eins, zwei, drei, vier Sektoren zu erobern. Sonst ist die Keksinsel unser. Sieht einfach nur saugeil aus. So, Gott, das war es mal wieder von die Siedler Online. Ich melde mich natürlich wieder von dieser, äh, Browserspielfront und, äh, ich wünsche euch Spaß. Wir sehen uns wieder im nächsten Spiel, im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.